Die Zusammenarbeit im Team, insbesondere die letzten Wochen und Monate, war großartig. Man ist jetzt zu einem großen Team zusammengewachsen, hat miteinander wirklich einzigartige Erfahrungen gemacht. Hi, ich bin Theresa und ich bin die Producerin der Hochschulbühne. Aktuell organisieren wir viel fürs Foyer, fürs Catering, aber auch den Kartenverkauf. Wir verfassen gerade die E-Mail für die Studierenden, damit alle auch informiert sind und alle auf dem neuesten Stand sind. Ich bin Kilian, ich bin der Head unseres Technikteams hier. Heißt, ich bin verantwortlich für Ton und Licht. Die größte Arbeit für uns ist der komplette technische Einbau des Studios. Die Einrichtung, Soundchecks, Lichtchecks, Nachkorrekturen während der Proben nochmal. Ich denke, wir sind ziemlich gut aufgestellt. Wir haben ziemlich gute Leute hier drin. Ich denke, es wird eine coole Sache. Hallo, mein Name ist Mike Winkler. Meine Aufgabe ist die Projektleitung und die Regie. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele erfolgreiche Musicals inszeniert. Dazu gehören Dracula, der kleine Horrorladen, AIDA und Fame. Dann gab es die Zwangspause durch Corona bedingt. Und jetzt sind wir wieder zurück und melden uns mit einem Showprogramm wieder bei unseren Gästen. Wir freuen uns, dass so viele Karten gekauft worden sind. Bald ist die Premiere und wir wünschen uns jetzt schon selbst ein großes Toi Toi Toi. Rückblickend auf die Proben kann man sagen, dass wir sozusagen zusammengewachsen sind. Wir haben uns am Anfang kennengelernt, wer hat welche Stimme, wer kann was besonders gut. Mir macht es hier sehr viel Spaß vor allem zu singen und zu tanzen. Ich finde es richtig toll, dass es hier richtig viele professionelle Leute gibt, die mit uns Gesang machen, die mit uns Tanz machen. Ich freue mich auf unsere Vorstellung. Nach fünf Monaten harten Proben kam es danach zur Show. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie es heute Abend wird. Und es interessiert mich zu gucken, was aus der Hochschulbühne geworden ist. Die Teams sind absolut großartig. Also besseres Team kriegst du nicht. Die richtige Veranstaltung, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, mit einer sehr schönen Auswahl an Liedern. Viele schöne Melodien und vor allem schöne Gesangsstücke. Vor Weihnachten! Wir möchten uns vor allem bei unseren Förderinnen und Unterstützern bedanken. Und vor allem ein großes Dank auch an die Sparkasse, die uns großzügig unterstützt hat. Wir zeigen uns Spielraum! Wir zeigen uns Spielraum! Vielen Dank! Vielen Dank!